Was ist das Volumen im Trading? Das Volumen kann man sich in der Regel in seiner Handelsplattform unterhalb von dem Chart einblenden lassen. Das sind dann diese kleinen Berge, die dort entstehen. Und zwar ist es so, dass wir zum Beispiel, wenn wir einen Kerzenschart uns vorstellen, haben wir unter den einzelnen Kerzen auch unten dann noch das Volumen eingeblendet. Und diese Berge bei dem Volumen sind unterschiedlich groß. Es ist so, wenn wir beispielsweise eine Stunde in diesem Kerzenschart betrachten, in beispielsweise DAX Future, dann wird innerhalb dieser Stunde geschaut, wie viele Kontrakte werden da gehandelt. Und wenn das zum Beispiel 1000 Kontrakte sind in dieser einen Stunde, dann würde die Volumenkerze dann auch 1000 markieren. In der nächsten Stunde kann es sein, dass da beispielsweise schon nur noch 800 Kontrakte gehandelt werden. Das heißt, das Volumen wäre da etwas geringer. Es ist so, dass einige Händler auch sich das Volumen ganz besonders anschauen und schauen, wenn das Volumen hoch war an einem bestimmten Level und dort dann irgendwas Spezielles passiert ist. Das heißt, es hat zum Beispiel eine Trendumkehr stattgefunden. Dann messen diese Händler diesem Level besonders viel Bedeutung bei, weil dann natürlich besonders viel Handel auch stattgefunden hat und viele Käufer und Verkäufer sich gefunden haben. Wir hoffen, diese Information war nützlich für dich. Wenn du noch mehr über das Training erfahren möchtest, dann schau doch auf unserem kostenlosen Anfängerkurs vorbei. Außerdem kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts Neues mehr zu verpassen.